Los gehts, gehts, gehts! Er ist da, ist da! Er ist da! Er ist da, er hat es recht. Er gewinnt auch mehr seitlich, mehr seitlich, mehr seitlich. Genau. Schön gut ausgeführt. Der Schilder hat die Schulter, der hat die Hand an sein Knie. Ganz eng. So, wie ich gesagt habe. Mach genau so, was ich gesagt habe. Geilfehler. Mehr Gewicht auf sein Gesicht. Mehr Gewicht auf sein Gesicht. Mit der Schuhe da. Arbeiten wir mit der Schuhe. Ja. Wenn er persönlich zu wollen, ist es ordentlich auch. Danke der Seite. So Christian, Hand hoch und jetzt reiß ihn über deinen Kopf. Du musst den Kopf weg von der Schulter dran. Ganz einfach. Halt das Bein fest. Halt das Bein fest. Halt das Bein fest. Halt das Bein so hoch, dass du überlegst. Dein Kopf runter sein Tauch. Und jetzt arbeitet den Arm weg. Bleib dran. Halt das Bein. Halt das Bein. Halt das Bein jetzt. Und jetzt. Vorsicht. Schön mal ab. Ruhig, 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 ruhig! Okay, jetzt mal ein Guck, Guck. Druck am Ball. Schmierst dein Ellbogen. Du musst da raus werden. Du kannst hinter deinem Ellbogen. Scheiße. Die musst du loswerden. Genau. Das ist ja schön vorstücken. So macht er den Ellbogen, den er da hat. Nur gerne. Schön. Flip. 2-2. 2-0 für Christian. Steig über das Knie. Du kannst mit deinem rechten Bein das Knie blockieren. Mit dem linken rübersteigen. Ja, Fuß. Wenn dein Ellbogen schmiert, ohne das Knie blockieren, mit dem linken Ellbogen rübersteigen. Ja. 1,5 Minuten. Ja. Schmierdruck. Mehr Druck macht. Das ist ja so wenig Druck. Das ist ja so wenig Druck. Sehr schön. Ja. Mach das. Mach das. Sau. Ja, 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 ja. Schmierdruck. 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 Eine Minute. Wenn du die Kraft fährst, mach das nur eine Minute. Ich muss 100% von dir gehen. Schön. Mach das ein Stück schwerer. Genau so. Noch ein Stück schwerer. Das ist ja so. Oh. Schön. 2,3,3,3. Ja. Hände drücken. 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 Stopp!